Herzlich Willkommen zu 15 Finanztipps für euren Geldbeutel. Bärbig Finance, das Projekt, was ich jetzt lange für euch vorbereitet habe, endlich fertig. Es geht um darum, um die Themen Geld sparen, smart zu sein und eben langfristig zu denken. Das Vorwort. Wir fangen an das Ganze mit dem Video, wie es aufgebaut ist. Ganz einfach 15 Finanztipps für euch, die eben halt großes Potenzial bürgen für euch, wenn sie auch wirklich richtig angewendet werden. Tja, einige der Tipps wirklich sind so banal, die ihr in diesem Video sehen werdet. Manchmal fragt man sich wirklich, warum hat man das nicht bisher wirklich immer so gemacht. Aber das ist kein Vorwurf als solches, sondern das ist jetzt einfach der Punkt, den ganzen Spieß umzudrehen. Denn sämtliche Tipps, bis auf die wenigen Ausnahmen, die vielleicht Sachen betreffen, die ihr nicht besitzt, sind für jeden anwendbar und auch wirklich direkt umsetzbar. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Alles könnt ihr jederzeit zurückspulen, das Video eben halt anhalten und dann eben halt fortsetzen. Das ist ein längeres Video, deswegen ist es vollkommen legitim, mal eine Pause einzulegen. Tja, was gibt es noch zu sagen? Eure finanzielle Zukunft, wir wollen sie optimieren und los geht das Ganze. Das erste Thema ist Verträge und ihre Sinnigkeit als solches. Verträge sind natürlich ein ganz großer Punkt in eurem Leben, denn die Leute, mit denen ihr Verträge abschließt, wollen natürlich, dass ihr lange da bleibt. Und ihr wollt natürlich einen guten Preis haben, der lange eben halt euch in diesem Vertrag gewährt wird. Allerdings, die Verträge, die ihr habt, solltet ihr jetzt bitte einmal durchchecken. Das müsst ihr natürlich nicht jetzt machen, aber wirklich jetzt als Aufgabe, denn ihr müsst auf jeden Fall wissen, welche Verträge habt ihr wirklich und welche braucht ihr auch denn wirklich. Das ist immer so eine Sache. Man hat meistens mehr Verträge, als man überhaupt braucht oder man hat teurere Verträge, als sie überhaupt möglich sind. Und das, was ihr auf jeden Fall haben müsst, ist die Kontrolle. Ihr braucht die Kontrolle und müsst immer wissen, was genau wann abgebucht wird. Denn wenn euer Konto komplett immer ins Minus läuft, weil die Verträge zum Tag X abgebucht werden, ihr es aber gar nicht wisst, es ist sehr schlecht. Es gibt viele, was man hier sparen kann. Ein Teil zum Beispiel sind zum Beispiel die Stromanbieter. Denn die könnt ihr wirklich jährlich entsprechend vergleichen und dann eine Entscheidung treffen, ob ihr wechselt oder ob ihr da bleibt. Weiterhin gibt es natürlich auch das, was uns alle betrifft, das Smartphone, das Internet, das Festnetz und das TV, beziehungsweise der TV. Und da ist es eben halt so, dass wirklich sehr große Preisunterschiede bestehen. Ihr solltet hier also definitiv immer mal wieder die Anbieter vergleichen und eben halt gerade bei Abschluss des Vertrages oder eben bei einer Verlängerung immer das Beste für euch rausholen. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, guckt, wann eure Verträge auslaufen und macht das. Auch ein großer Punkt, der viele junge Leute vor allen Dingen betrifft, aber eben halt auch Leute, die, ja ich sag mal, auch jetzt gerade mit in das Thema reinkommen, sind Abonnements für Streamingdienste, wie zum Beispiel Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Und das bekannteste von allem ist das eigene Fitnessclub, beziehungsweise die Mitgliedschaft in einem Fitnessclub. Hier geht es darum, dass ihr eigentlich mal hingeht und eure Nutzung davon überprüft. Wie oft geht ihr überhaupt ins Fitnessstudio? Wie oft guckt ihr die ganzen Sachen an? Es wird natürlich monatlich mal abgebucht, aber braucht ihr das überhaupt? Das ist wirklich ein Punkt, den ihr für euch selbst überprüfen müsst und hier sind ganz große Einsparmöglichkeiten vorhanden. Damit haben wir einen Tipp, die Verträge direkt nach Wirklichkeit zu kündigen und eben halt einer der sogenannten Verlängerungsfalle, dass ihr halt eigentlich am Anfang gar nicht wisst, wann der Vertrag ausläuft, ja zu entgehen. Das ist wirklich ein kleiner, aber großer Tipp und solche von euch auch wirklich beherzigt werden. Tja, was gibt es noch? Kostenlose Apps, zum Beispiel die App Finanzguru, die ich auch selber nutze. Dort könnt ihr nämlich die Verträge eintragen und werdet dann auch benachrichtigt, wenn ein Vertrag verlängert wird. Und kurzzeitig davor könnt ihr dann eine Entscheidung treffen. Das ist relativ wichtig und bringt euch mehr Flexibilität rein. Der zweite Punkt in unserer Auflistung ist eben halt, euer gesamtes Konsumverhalten einmal zu reflektieren. Denn ein Punkt, den wir alle haben, ist das Einkaufen als solches. Einkaufen als solches sollte nur mit einer Einkaufsliste passieren. Und auch nur das eingekauft werden, was ihr euch vorher aufgeschrieben habt. Und zwar niemals solltet ihr einfach aus dem Effekt raushandeln und Sachen einfach einkaufen, so wie ihr denkt, dass sie gut sind. Denn Einkaufsliste sind genau so gebaut, dass Angebote, wie man es eben halt kennt, mit Sale und Prozenten, überall die Schilder halt allgemein im Laden halt so aufgebaut sind, dass sie euch möglichst lange im Geschäft halten. Aber das ist gar nicht sinnvoll für euch, denn so kauft ihr automatisch nur mehr ein. Und das wollt ihr eigentlich nicht. Tja, was ist der Effekt oder beziehungsweise was resultiert da draus? Ganz einfach, oftmals landen Kleinigkeiten in eurem Einkaufskorb. Das sind dann einfach mal wirklich kleine Sachen und sie machen dann halt in der Summe wirklich, ja, einen Preis wieder aus, den ihr nicht zahlen wolltet eigentlich. Deswegen geht wirklich hin und kauft auch nur das, was ihr aufgeschrieben habt. Geht da wirklich strukturiert vor. Ihr kennt eure Einkaufsläden, ihr wisst ganz genau, wo was steht. Schreibt eure Liste am besten so, dass ihr das einkauft, was ihr am Anfang des Lebens habt und geht dann ganz normal vor. Das ist ein super Tipp und führt euch auch direkt gut durch. Tja, der nächste Punkt ist, bevor ihr natürlich reingeht, ist niemals hungrig einkaufen gehen. Das ist wirklich ein lustiger Tipp, wo ich wirklich auch selbst erstmal ganz, ganz lange nachdenken musste, was es damit auf sich hat. Denn man sollte wirklich nicht da hungrig einkaufen gehen. Also ich habe es mir selber beobachtet, dass man meistens da mehr einkauft. Und vor allen Dingen, ich kaufe dann häufig auch so Sachen wie Chips ein oder irgendwelche Süßigkeiten, Riegel etc. Weil ich einfach denke, boah, jetzt aus dem Laden rausgehen und kurz da reinbeißen. Ja, das kann man umgehen, indem man halt von vornherein nicht hungrig reingeht. Ein kleiner Tipp auf jeden Fall am Rande. Ein weiterer Tipp ist eben der dritte. Mit dem Titel Disziplin spart euch Geld. Da ist es wirklich so, es gibt eine eiserne Regel, die ich selbst für mich schon vor langer Zeit festgelegt habe. Die eben halt daraus besteht, dass es eine generelle gibt. Dass bei Anschaffungen, wo der Preis keine Rolle spielt, einfach nicht mehr spontan gehandelt wird. Das heißt, ich gehe nicht hin und sage einfach, okay, ich kaufe das jetzt. Sondern ich überlege erstmal und stelle mir dann wirklich auch die Frage, die ihr euch auch fragen sollt. Braucht man das jetzt wirklich gerade? Oder kann das auch warten? Tja, das muss man natürlich immer selber entscheiden. Denn deswegen würde ich euch empfehlen, handelt smart. Schaut euch die Anschaffungen, die ihr haben wollt, an und unterteilt diese halt in drei verschiedenen Größenordnungen. Da gibt es zum Beispiel dann die kleineren Anschaffungen. Die sind meistens wirklich halt in einem Rahmen, wo man sagen kann, okay, das sind dann halt mal jetzt wieder das und das. Aber es ist halt okay. Aber trotzdem, selbst bei diesen kleineren Anschaffungen nehme ich mir eine Bedenkzeit von mindestens 15 Minuten. Das heißt, ich selber sehe oder höre, ich möchte mir das kaufen, schreibe mir das irgendwie auf oder überlegst mir halt und denke 15 Minuten drüber nach, ob es sinnvoll ist, das jetzt zu kaufen oder eben halt woanders. Das Ganze gibt es dann eben halt noch für eine weitere Stufe, nämlich die mittleren Anschaffungen. Das heißt, über 100 Euro bis ca. 1000 Euro. Wobei das auch alles natürlich nur Beispielwerte sind. Aber auch selbst bei dieser Geschichte, nämlich mir eine Bedenkzeit von mindestens 1 bis 5 Tagen. Und das ist auch wirklich so. Das wollte man auch wirklich so handhaben, weil dann ist man sich auch wirklich sicher, dass die Entscheidung, die man getroffen hat, final ist und auch wirklich durchgeführt werden kann. Dann gibt es als letzten Punkt noch die großen Anschaffungen. Das kann zum Beispiel, weil es über 1000 Euro liegt, ein Gebrauchtwagen sein. Oder eben halt ganz andere Dinge. Da kann man bei mir pauschal sagen, dass ich mir da mindestens 15 Tage Zeit lasse. und ein Konzeptausarbeiter. Das bedeutet, dass ich halt eben die Anschaffung mache oder tätige, aber eben halt dann wirklich sage, da ich mir dann jetzt ein Auto gekauft habe zum Beispiel oder eben halt, da ich dann das und das gekauft habe, verzichte ich in den folgenden zwei Monaten auf das und das. Das heißt, wirklich dann knallert durchziehen, euer Budget für diesen Monat anzupassen, hochzuschrauben, weil ihr diese Anschaffung tätigen wollt, aber dann für die Folgemonate halt berücksichtigt. dass ihr da eine größere Investition getätigt habt. Tja, der vierte Punkt. Der Vergleich ist euer mächtigstes Kaufinstrument. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ihr Vergleichsparteien nutzen sollt. Denn im Internet selber, da gibt es verschiedene. Ihr könnt ja wirklich viel Geld sparen und vor allem eben halt für Verträge eignet sich Check24.de. Hat man vielleicht schon aus einer oder anderen Werbung gehört im Fernsehen, läuft häufiger da, hat sich allerdings auch bewährt. Was ich lange schon benutze, ist Guideshals.de. Denn da habt ihr wirklich für das, was ihr sucht, zum Beispiel Elektronik halt, Smartphones, habt ihr eine schöne Preiskurve. Das heißt, ihr könnt auch einen Preisalarm einstellen, der euch eine E-Mail schickt, sobald das Produkt irgendwo da gelistet ist und dann euch auch diesen Anbieter empfehlen lassen. Da habe ich auch wirklich schon oft genug 10 bis 15 Prozent gespart. Wenn man eben halt ein bisschen wartet, könnten es sogar noch mehr sein. Allerdings ist es immer so ein Punkt. Denn man soll natürlich auch hingehen und den lokalen Einzelhandel unterstützen. Das ist natürlich bei so Dingen wie bei Kleidung und bei allen anderen Sachen, Schuhen etc. viel, viel wichtiger, weil die Läden dann natürlich sonst pleite gehen. Wir berücksichtigen zwar aktuell gerade die Corona-Pandemie, die das Ganze halt momentan wirklich sehr, sehr verstärkt. Allerdings ist das Video hier aufgebaut für die Allgemeinheit, sprich auch nach Corona. Deswegen sollte bei sowas natürlich auch schon der lokale Einzelhandel unterstützt werden. Aber eben halt bei dem, was ihr auch ohne Bedenken kaufen könnt, weil das eben halt Standardsachen sind. Das kann eben halt Elektronik sein, Fernseher oder sowas. Das kann man mittlerweile bedenkenlos im Internet kaufen und viel Geld sparen halt. Ein kleines Beispiel an dieser Sache. Ja, hier mal ein kleines Beispiel, was er gesagt hat. Ich habe mir ein Jahr mal angesehen gehabt. Und zwar, das war das vorletzte Jahr von mir. Da habe ich ungefähr 10 Sachen bestellt über, also Elektronik-Sachen im Internet. Und hatte ungefähr jedes Mal so zwischen 15 und 30 Euro teilweise gespart. Also wenn man es mal für pauschal 20 Euro sagt, sind es pro Jahr halt einfach 200 Euro, die ihr halt dann wirklich gespart habt. Oder eben halt weniger, wenn ihr halt weniger bestellt. Aber es ist eben halt so, dass ihr dann halt Sachen spart oder halt Geld spart, dass ihr anders benutzen könnt. Und das ist eben halt der Clou, dass ihr euer Geld flexibel woanders reinstecken könnt. Wenn es auch wirklich nur für uns Sparen ist, es ist einfach gespart. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, der wirklich interessant ist und auch etwas aufwendiger. Die Budgetplanung. Ihr seht hier schon das Diagramm, das ich für euch angefälligt habe. Tja, das Ganze ist so wie folgt. Denn das Thema Budgetplanung ist eben halt wirklich, wie ich gerade gesagt habe, etwas komplizierter. Und da müsst ihr euch halt auch viel mehr Zeit für nehmen. Das ist auch so, das kann man halt nicht pauschalisieren eigentlich. Man kann es allerdings individualisieren, was ihr auch eben halt machen solltet. Das bedeutet für euch, dass ihr eben halt die Zeit nehmen sollt und es halt dann entsprechend umsetzen sollt, so wie für euch es am besten ist. Aber zunächst mal, wie mache ich es? Bei mir ist es so, ich habe mir eine Regel aufgesetzt. Und zwar die Regel lautet wie folgt. Ich teile mir mein Budget ein in einem Monat in 40% Fixkosten, 30% fürs Leben. Leben bedeutet in dem Sinne halt für Lebensmittel, Essen, was man eben halt wirklich täglich braucht. 20% Spaß, wobei Spaß jetzt eben halt alles sein kann, was eben halt nicht lebensnotwendig ist. Also zum Beispiel auch der Besuch in einem Fußballstadion oder eben halt ein Kneipenbesuch. So welche Dinge halt, aber eben halt wirklich nichts, was man lebensnotwendige braucht. Und eben halt 10% Sparen. Das sind so die Sachen, die ich mir reingesetzt habe schon vor langer Zeit. Allerdings, wo wir bei Sparen sind, Sparen kann natürlich auch heißen, vorerst diese Rücklagen zu bilden, die jeder haben sollte. Rücklagen sind relativ wichtig im Leben, denn man weiß natürlich nicht, was passiert. Der Teufel ist ein Eichhörnchen und entsprechend sollte man halt auch wirklich für viele Sachen ein finanzielles Polster haben. Pauschal könnte man halt sagen bei den Rücklagen, dass drei Netto-Monatsgehälter schon mal ein guter Anfang sind. Besser ist natürlich mehr, aber es ist natürlich auch schwierig, das Ganze halt so von 0 auf 100 direkt hochzuziehen. Deswegen solltet ihr erstmal gucken, dass ihr die Rücklagen so oder so gebildet bekommt. Was sind denn genau die Fixkosten und Lebenskosten? Das hatten wir gerade ja kurz angerissen, aber wir kommen jetzt mal eben zur Planung. Denn diese beiden Punkte, Fixkosten und die Lebenskosten, sollten immer festbleiben. Das heißt, die solltet ihr wirklich dann auch für jeden Monat halt identisch halten und eben halt entsprechend das auch schon von vornherein berücksichtigen. Wenn wir halt zu den Faktoren Spaß und halt dann auch wirklich im allergrößten Notfall Sparen gehen, dann können diese beiden Sachen auch variabel ausgelegt werden. Das heißt, wenn halt mal mit einem Monat eure Fixkosten teurer sind, könnt ihr halt von dem Sparen etwas abziehen oder eben halt vom Spaß. Das geht halt ohne Probleme. Das Leben als solches solltet ihr meistens nicht reduzieren, weil das ja wirklich dann bedeuten würde, ihr würdet Tage halt hungern oder ja irgendwie so in der Hinsicht durchs Leben gehen. Und das ist halt nicht möglich oder sinnvoll besser gesagt. So, was wir gerade schon hatten, ist natürlich, dass es der Spaß, euer Geld ist, was ihr im Monat frei zur Verfügung habt für eure Dinge. Das ist eben wirklich so. Ihr könnt das ganze Geld auch im Prinzip, wenn ihr halt in dem Monat nichts macht, was in der Corona-Pandemie häufiger der Fall ist, zum Beispiel, das Geld halt auch in den Sparen stecken oder halt euch besser gehen lassen mit dem Leben, wenn es möglich ist, so gemerkt. Was allerdings ein kleiner Tipp von mir ist an dieser Stelle ist, dass wenn ihr von vornherein euer Geld bekommt, Geld könnt ihr mal theoretisch am 1. des Monats oder am 15. des Monats bekommen, je nachdem, dann sollte auch von diesem Gehaltseingang direkt der Sparbetrag weggehen. Das heißt, dass dann dieser Betrag automatisch durch einen Dauerauftrag von eurem Konto halt auf ein weiteres Konto geht, also auf euer Sparkonto quasi oder eben halt ein Geldmarktkonto, was es auch da gibt und dann schon mal nicht mehr eingeplant werden können. Wie gesagt, das könnt ihr halt aber im Notfall wirklich auch variabel auslegen. Wir machen das Ganze mal mit einem Beispiel, um mal ein paar Zahlen zu nennen. Angenommen, man hat ein Monatsnettogehalt von 1.850 Euro. Das ergibt natürlich 100%. So, bei diesen 1.850 Euro wären gemäß dem von mir erstellten Diagramm oder eben nach meiner Regel halt die Fixkosten 740 Euro. Das wäre dann quasi für Wohnen und für Strom und Internet und sowas halt dann fürs Leben, Gemeinheit, für das Essen und Trinken, was weiß ich, alles im Monat 555 Euro, der Spars bei 370 Euro und das Sparen bei 185 Euro. Wie gesagt, die Möglichkeit besteht immer, das Ganze halt ein wenig hin und her zu switchen. Man sollte natürlich dann gucken, dass man eine Linie gefunden hat. Im Endeffekt kann man auch hingehen und die ganzen prozentualen Kosten halt für sich anpassen, je nachdem wie hoch die sind. Vielleicht sind eure Fixkosten ja ganz viel niedriger, das kann auch sein. Dann könnt ihr natürlich mehr ins andere buttern. Aber es ist sinnvoll, so eine monatliche Budgetplanung zu haben, damit ihr prozentual wisst, wie viel Geld ihr für was ausgeben könnt und möchtet. Und das dann entsprechend halt auch dann in die Beträge halt umzuwandeln, damit ihr auch wirkliche Zahlen habt und nicht nur Prozentzahlen. Punkt 6. Aus Alt, mach neu. Einer meiner Lieblingsthemen. Denn, das ist halt so, über die Jahre hinweg, da liegt sich wirklich vieles bei euch an. Und viele Sachen, die ihr mal gekauft habt, die euch vielleicht dann nicht mehr gefallen, ja, die liegen garantiert bei jedem von euch rum. Und das sind dann wirklich kleine, schlummernde Schätze. Es gibt ein Lied, da gibt es den Titel oder beziehungsweise die Strophe One Man's Treasure, Another Man's Treasure. Ich meine, es ist ein Rapsong, aber dieses Motto ist einfach wirklich, was für den einen Müll ist, ist für den anderen halt ein kleiner Schatz. Und deswegen halt gehe ich auch selbst häufiger hin, meistens einmal alle drei Monate, also jemals im Quartal so gesehen, ist es auch möglich halt, das Ganze sozusagen, dass ich hinten gehe und dann direkt ausmiste und Sachen halt wirklich dann mir raussuche, um diese provisionsfrei zu verkaufen. Diese Zeit nehme ich mir zum Beispiel halt auch wirklich. Die Möglichkeiten, diese Sachen halt zu verkaufen dann, gibt es verschiedene. Und zwar Flohmarkt, also zum Beispiel eine Nachbarschaft oder eben halt bei Freunden, wenn sie sagen, wir machen jetzt hier einen oder da, seht ihr, da ist irgendwann mal ein Flohmarkt und ihr könnt euch da hinstellen, ihr nehmt euch die Zeit dafür. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, bei Ebay Kleinanzeigen oder in einem Facebook Marketplace die Sachen reinzustellen. Dort kommen sogar die Käufer teilweise zu euch hin, holen die Sachen ab und ihr habt wenig Aufwand, bis gar keinen Aufwand. Denn ihr müsst die Sachen nur übergeben, das Geld mal kassieren und fertig ist es. Natürlich gibt es Geschichten, die bei Ebay Kleinanzeigen ganz häufig auftreten, aber damit muss man halt einfach leben. Viele Beispiele oder gute Beispiele sind hier den Schmuck, Elektronik, Kleidung, Spiele, Blu-Ray, Musik oder halt wirklich Realitäten, die ihr geerbt habt und vielleicht irgendwann mal zu Geld machen wollt. Vielleicht ist jetzt sogar der Zeitpunkt gekommen, wo ihr das machen könnt oder solltet, denn ihr wisst natürlich nicht, wie viel steigt diese Realität noch. Ich sehe das auch immer so, dass selbst die kleinen Beträge halt wirklich ein großer Gewinn sind. Viele sagen halt, die Sachen werden irgendwann mal was wert, das kann auch wirklich der Fall sein. Aber ich würde immer mal ein bisschen gucken halt, brauche ich das wirklich noch, nutze ich das wirklich noch und dann sage ich auch irgendwann, ich verkaufe es, bevor es halt irgendwann einfach mit einem lauen Sack kommt und dann einfach auf alles wegfliegt, weil das ist dann halt wiederum zu schade. Eine der Dinge, die ich sehr häufig verkaufe, sind Blu-Rays halt. Ich habe damals angefangen, viele Blu-Rays zu kaufen, eine schöne Sammlung auch mittlerweile über die Jahre aufgesetzt, aber mittlerweile und in Zeiten von Streaming werde ich oder habe ich mir beschlossen, dass ich die so weit es geht halt verkaufe, damit ich einerseits Platz habe, weil ich die mir dann halt online kaufen werde für einen Preis und die dann halt verkauft bekomme. Das ist eine Möglichkeit, die ihr macht, aber dieses Beispiel könnt ihr halt auf alles Mögliche anwenden. Tipp Nummer 7, die Warme, die Wassermethode. Das ist ein von mir entwickelter Begriff. Die Wassermethode selber nutze ich wirklich schon seit 15 Jahren. Vielleicht ist sie auch gar nicht so unbekannt, das werden einige machen, aber für mich ist es selber ein Trick, den ich seit 15 Jahren praktiziere. Der wird dadurch ermöglicht, dass wir es in Deutschland sehr gut haben, unser Leitungswasser von hoher Qualität ist und eben halt wirklich ein Standard angestrebt wird, der sehr, sehr hoch ist hier. Und gerade in Neubauten kann man das Wasser sowieso ohne Bedenken trinken. Es ist halt bei Altbauten etwas verkalkter, aber immer noch trinkbar. Das müsst ihr natürlich dann selbst entscheiden. Was passiert denn genau bei diesem Trick? Ihr kauft im Prinzip nach wie vor Flaschen oder habt vielleicht so eine schöne Glasflasche, die ihr mehrfach befüllen könnt. Da gibt es ja so Sodastreamflaschen zum Beispiel. Und ja, befüllt die einfach mit Leitungswasser. Das bedeutet halt, dass ihr quasi, wenn ihr einmal so ein Teil kauft, dann ist er dann, oder halt diese Plastikflaschen in einem Sixpack, dass ihr dann halt nur einmal einkaufen geht und diese Dinger dann halt so oft es geht nachfüllen könnt zu Hause. Also ich mache es jetzt auch nicht wirklich 50 Mal, aber mindestens einmal sage ich mir, mache ich es, wenn nicht sogar zweimal. Als kleines Beispiel. Die Ersparnis hier ist natürlich etwas schwierig oder komisch zu lesen. Aber mal nur so als Beispielwert, wenn ihr jetzt in den Discounter reingeht und da eine Flasche Wasser kauft und da ungefähr 13 bis 50 Cent bezahlt, dann habt ihr natürlich ja eure Flasche schon mal da. Aber aus der heimischen Leitung ist ungefähr ein Liter Wasser bei 2 Cent. Das ist natürlich ein ganz anderes Maß soweit. Und ja, das ist so ein bisschen die Referenz. Da könnt ihr viel Geld sparen. Wenn es auch wirklich nur einmal befüllen ist, also mit eurem Wasser hier aus der Leitung, es macht viel aus. Und gerade wenn ihr halt wirklich nicht einkaufen könnt, dann trinkt lieber Leitungswasser, anstatt irgendwie zur Tankstelle zu laufen und da Wasser zu kaufen. Denn das ist natürlich Geldverbrennung und was. Ein weiterer Punkt, wo man viel, viel Geld ansparen kann, ist die Lasten, die man selber hat, zu erkennen und erfolgreich zu beseitigen. Der Punkt ist natürlich sehr, sehr stark, aber schwierig. Das muss ich von vornherein sagen. Denn wir haben ja bereits in einem vergangenen Kapitel, das war das fünfte, gelernt, dass wir unser monatliches Budget halt einteilen. Und wir können jetzt hingehen und diesen Prozess noch weiter optimieren. Das geht da so in den Fall, dass wir halt wirklich erkennen müssen, was wir haben für Lasten und die dann entsprechend halt anpassen oder halt wirklich ad acta legen. Es geht da halt wirklich so aus der Sparte vor, dass das Ganze halt Leben und Spaß betrifft. Allerdings diese Lasten euch diese beiden Punkte halt glatt eurem Geld berauben. Es gibt für mich persönlich, gibt es drei große Lasten im Leben. Und zwar seid ihr Raucher? Dann ist es wirklich so, dass ihr hingehen könntet. Und ich weiß, das ist das Allerschwierigste im Leben quasi. Ich kenne selber viele Raucher. Das ist eine Sache, das schafft man nicht so einfach und auch nicht mal eben so. Aber falls ihr es schaffen würdet, das ist eine enorme Möglichkeit, halt richtig viel Geld zu sparen. Es ist schwierig, aber wenn ihr es schafft, es lohnt sich. Denn als kleines Beispiel, zwei Schachtel pro Woche, die die meisten Raucher ja wahrscheinlich schaffen, das sind halt momentan sieben Euro pro Schachtel, habe ich mal recherchiert, sind wie gesagt im Jahr um die 728 Euro tendenziell sogar mehr, weil manchmal bleibt es auch nicht bei zwei Schachteln, aber bei zwei Schachteln sollte es meistens immer so bleiben. Also das wäre schmablankes Geld. Ein weiterer Punkt, Alkohol. Ist schwierig zu sagen, weil wir Deutsch natürlich auch sehr gerne Bier trinken und ich finde, es ist auch nichts unbedingt Verwerfliches dran. Das zu praktizieren, das ist natürlich auch eine Auslegungssache für euch selber. Müsst ihr selber entscheiden, wie ihr euren Alkoholkonsum anpassen wollt. Gerade halt den härteren Alkohol, der kann natürlich auch mehr ins Geld gehen. Was ein riesengroßer Punkt ist, ist Sportwetten oder allgemein die Spielsucht im Online-Casino zum Beispiel, Online-Poker. Wenn ihr da betroffen seid, dann solltet ihr euch wirklich hinsetzen und überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, aus dieser Spirale rauszukommen. Denn die Regel, die ich im Kopf habe immer, ist, die Bank gewinnt immer. Las Vegas ist ein guter Spruch von einem Onkel von mir von damals, der nach wie vor auch Bestand hat. Denn ohne diesen Spruch würde es diese Institutionen gar nicht geben, die diese Sportwetten oder die Spielsucht allgemein fördern. Denn, ja, wenn sich das nicht rentieren würde, würden sie es nicht anbieten. Und man kann ihn auf langer Sicht eigentlich nur verlieren da. Was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass diese Spielsucht oder die Wettsucht alles noch fördert. Also es pusht das Rauchen, weil man automatisch mehr raucht, weil man nervöser wird. Und natürlich das Rauchen, das die Nervosität ein bisschen legt, durch das Nikotin. Man trinkt mehr, weil man dann vielleicht halt mit Freunden zusammen ist, ein Spiel guckt und dann darauf wettet zum Beispiel. Und letztendlich halt der Verlust als Gesamtsumme noch mit dem Rauchen und dem Trinken ist ein riesengroßer Faktor und kann auch mal schnell vierstellig oder sogar fünfstellig ausgehen oder noch schlimmer. Der nächste Punkt, das Bargeld. Das Bargeld ist für uns ein Punkt, der uns noch einige Jahre begleiten wird. Und deswegen sollten wir ihn jetzt auch noch so gut pflegen, wie es geht. Denn nehmt euch einfach mal auch einen Geldbeutel zur Hand und guckt einfach mal nach, wie viel da in dem Münzfach drin schlummert. Könnt ihr aber auch mal hingehen und wirklich reflektieren, wie ihr selbst bezahlt. Bezahlt ihr ausschließlich noch Bar oder auch alles mit Karte? Mit was für Beträgen arbeitet ihr? Geht ihr hin und bezahlt beim Bäcker mit Karte? Das ist natürlich eine Sache, die müsst ihr selbst für euch entscheiden. Ich bin ein großer Freund der Kartenzahlung, weil ich Bargeld als solches halt nicht unbedingt schätze. Zwar die Scheine als solches schon, aber keine Münzen. Denn wenn ihr häufig mit Bargeld bezahlt, bekommt ihr halt auch häufig Kleingeld wieder. Und das staut sich dann bei euch in Portemonnaie an. Was dann als Lösung auftritt, ist natürlich euer Sparschwein. Denn das könnt ihr dann einfach jeden Tag, wenn ihr nach Hause kommt, euer Geld rausnehmen aus dem Geldbeutel und da reinschmeißen. Wobei man sagen muss, dass das Begriff Sparschwein als solches nur eine Bezeichnung ist. Kann natürlich auch eine Spardose, ein großes Sparglas sein, eine kleine Spartonne, alles Mögliche. Aber, was ich jetzt mache, ist zum Beispiel, dass ich hingehe und mir das Bargeld immer in so eine kleine Dose packe oder halt in ein Glas und dann im Januar bereits anfange damit und irgendwann im Ende des Jahres dann halt das Ganze zum Kleingeld, also das gesamte Kleingeld zur Bank bringe und dann meistens kommen da so zwischen 70, 80, 90 Euro schnell mal zusammen, die man gerade in dieser Zeit gut gebrauchen kann, um irgendwas zu kaufen. Das ist immer ein netter Push und solltet ihr vielleicht auch mal drüber nachdenken. Was ich sonst noch gerne damit mache mit Kleingeld im ganzen laufenden Jahr, nutzt das einfach beim Bäcker. Der wird euch richtig dafür danken, denn Kleingeld kann der sehr gut gebrauchen. Eines der Themen, die etwas schwieriger zu verstehen sind, aber wenn man es verstanden hat, dann liebt man es vielleicht, ist das Reverse oder beziehungsweise das antizyklische Einkaufen oder allgemein der Prozess des Handelns. Deswegen würde ich euch empfehlen, auch das Ganze zu erlernen. Das Ganze zu erlernen ist allerdings nicht so schwer, wie es sich vielleicht anhört, weil die Begriffe vielleicht sehr professionell klingen. Denn was bedeuten die eigentlich? Wir schauen uns einfach mal den ganzen Fall an. Denn von der Logik her ist es so, dass wenn wir im Sommer mal hingehen und uns draußen hinsetzen, dann wird es heiß. Das ist heiß, das heißt, die Leute wollen Kühlschränke haben, um ihre Sachen zu kühlen und brauchen halt auch dementsprechend Sachen, die uns vor der Sonne schützen. Und diese Sachen sind gerade in der Zeit teuer. Im Winter braucht man die nicht. Deswegen gibt es häufig für diese Sachen halt Rabatte. Also kaufen wir antizyklisch ein. Das bedeutet, wir gehen hin und schauen uns direkt schon mal an, was wir im Winter, also wenn wir uns im Winter wie jetzt gerade befinden, zum Beispiel, dann, dass wir uns im Sommer die Sachen jetzt schon kaufen oder eben halt kurz davor, das heißt, kurz davor, sagen wir halt mal im Frühling, die Sachen für den Sommer kaufen und entsprechend so auch dann andersrum handeln. Dass wir Weihnachtsgeschenke zum Beispiel schon im Juli und August kaufen, bevor sie halt teurer werden. Das machen die Händler halt bewusst, weil sie wissen, es ist Weihnachten und sie können die Preise entsprechend anheben. Natürlich sind viele Händler auf dem Trichter, sie gehen hin und schrauben die Prozente hoch, aber wenn die Waren kurz vorher teurer werden, können sie die Prozente auch anheben. Ihr zahlt trotzdem mehr. Aber so habt ihr eine kleine Methode, ja, auf das hier halt hingehen können und das könnt ihr wirklich auf alles anwenden und könnt auch entsprechend so viel, viel Geld sparen. Vergleiche ich dir einfach mal die Preise, gerade halt auch mal so im Internet halt, wie die Preise sich entwickeln über das Sommer hin und zum Winter hin. Das ist wirklich mal was, wo ich hinsetzen können und viel, viel Geld sparen könnte. Der nächste Tipp betrifft nicht alle von uns, denn nur die unter uns, die quasi auch das Auto benutzen, sei es täglich, um zur Arbeit zu kommen oder generell einfach halt so mal als solches. Denn die Aussage, die einige auch so getreffen, und auch bekannt ist es, das Auto ist halt eine Geldverbrennungsmaschine. Das heißt, es bringt euch ja kein Geld. Ihr seid kein Taxiunternehmen, aber das Problem dabei ist, ihr müsst halt immer gucken, braucht ihr denn das Auto auch wirklich? Das ist schwierig zu bemessen, denn das macht natürlich auch viele Faktoren aus und als Möglichkeiten gibt es natürlich nur die Bildung in einer Fahrgemeinschaft zum Beispiel oder eben halt aufs Fahrrad umzusteigen oder zu Fuß zur Arbeit. Die erste genannte Punkt, sprich die Fahrgemeinschaft, macht natürlich nur Sinn, wenn ihr auch vielleicht einen Arbeitskollegen habt, der eh mit dem Auto fährt und euch vielleicht die Kosten so teilen könnt, indem ihr halt immer vielleicht in der Nachbarschaft wohnt, ja, dahin fahrt oder der euch mitnimmt jeden Morgen. Das ist natürlich auch ein wenig unbequem, weil man dann auf ihn angewiesen ist, aber prinzipiell kann man natürlich so auch hantieren. Falls ihr nicht so weit weg wohnt von eurer Arbeit, könnt ihr natürlich auch gerne aufs Fahrrad umsteigen. Für die Gesundheit ist das natürlich viel wert oder eben halt zu Fuß, falls ihr kein Fahrrad besitzt. Was aber ein Punkt ist, wenn ihr ein Auto besitzt, ist das Tanken. Das ist für mich natürlich auch ein großer Punkt, ich führe da immer eine Liste, wie oft ich getankt habe und zu welchen Preisen, weil ich das Ganze immer sehr gerne analysiere. Und, tja, das ist bei mir so, dass ich halt damals hingegangen bin und diesen Tipp hier bevollzieht habe. Sprich, eine Statistik angefertigt habe, über zwei Wochen oder es waren damals sogar drei, um eben halt rauszufinden, genau wie es von der Preisentwicklung zugeht. Das heißt, ihr geht hin, ladet euch eine App runter, die die Spritpreise anzeigt. Viele werden sowas auf dem Smartphone schon haben und guckt einfach wirklich mal zwei Wochen lang zu von euch definierten Zeiten, wo ihr auch wirklich tanken könnt, wie die Preise sich entwickeln. Das ist natürlich dann auch so eine Sache, dass ihr hingehen müsst und dann auch wirklich schauen müsst, kann ich da tanken? Und zwar rede ich jetzt nicht von 9.48 Uhr morgens, wo ihr dann vielleicht auf der Arbeit sein müsst oder so, sondern könnt ihr morgens vor der Arbeit tanken, dann nach der Arbeit tanken und vielleicht irgendwie um 21 Uhr noch. Denn abends sind meistens die Preise günstiger. Natürlich ist das halt generell für die Zukunft gesehen nicht sehr akkurat, aber ihr könnt euch vielleicht hingehen und dann eben halt so ein kleines Muster ausmachen, wo ihr zum Beispiel sagt, okay, ich habe erkannt, donnerstags abends ist es am günstigsten bei meiner Tankstelle meistens, dann tanke ich da oder gehe einfach da tanken auf gut Glück. Und geht auch so hin und tankt immer bevor irgendwelche Ferien beginnen, denn da sind meistens die Spritpreise wesentlich teurer. Ein kleiner anderer Tipp hier noch an dem Rande ist, euren Reifendruck zu optimieren und eben halt nicht zu sagen, zu schnell zu rasen. Generell einfach spritsparend fahren, da habt ihr länger was davon. Denn wir kommen nochmal zur Geldverbreitungsmaschine, denn allein schon von der Kfz-Versicherung, wenn wir mal einen Wert von 700 Euro im Jahr ansetzen, bedeutet das halt schon, dass das Auto euch wirklich jeden Tag fast 1,91 Euro oder sogar mehr kostet, nur dass es irgendwo rumsteht auf einem Parkplatz. und da ist noch kein Verschleiß mit eingerechnet und gar nichts. Das sind halt wirklich so Kosten, wenn ihr noch die Kfz-Steuer vielleicht umlegt, dann könnte es gut sein, dass ihr ungefähr so bei 2 Euro kommt pro Tag, dass das Auto euch kostet, ohne dass es euch was bringt. Wir kommen zum 12. Punkt. Das Haushaltsbuch als eure beste Waffe. Tja, was möchte ich euch damit sagen? Für den Haushaltsbuch? Ein Haushaltsbuch ist sehr, sehr praktisch, denn da habt ihr ja wirklich eure Einnahmen und Ausgaben drin. Damit könnt ihr halt auch wirklich Statistiken anfertigen, wie viel Geld ihr in einem Monat ausgegeben habt und vor allen Dingen, was ihr wirklich dann auch mal eingenommen habt, wenn es Einnahmen gibt, die ihr irgendwie haben könntet. Man weiß es nicht. Schaut euch in einem Haushaltsbuch dann einfach an, was ihr Einnahmen und Ausgaben habt und stellt möglichst viele Sachen davon wirklich in die Frage und zwar sehr, sehr akribisch, weil ihr habt nur hier die ganzen Zahlen blank, komplett auf dem Papier parat und könnt die Optimierung vornehmen, indem ihr halt hingeht und sagt, okay, hätte ich jetzt das und das so machen müssen oder hätte ich es vielleicht anders machen können, hätte ich vielleicht einen Monat später das kaufen können. So werdet ihr viel schlauer und lernt auch daran. Lerneffekt ist in dieser Hinsicht immer am besten. Wie können das Haushaltsbuch aussehen? Entweder klassisch, wie damals in einem DIN A4-Buch. Das ist für einen Monat natürlich machbar, ist aber ein bisschen altertümlich, weil das ganze Addieren und Subtrahieren halt ein bisschen umständlicher ist, weil man halt viel, viel am Stück rechnen müsste quasi. Zwar werden sich die Kosten, weil ihr viele Sachen sparen könnt, viel schneller amortisieren hier, aber tja, wer macht das schon noch auf alte Art. Das Ganze modernisiert betrachtet, könnt ihr in einer Excel-Liste machen. Die ist natürlich für euch kostenlos, wenn ihr das Programm auf dem PC habt, was meistens der Fall ist oder halt im Internet gibt es auch Google Spreadsheets, Online-Sheets, die sind auch kostenlos. Da gibt es vielleicht auch sogar eine Vorlage für so ein Haushaltsbuch, könnt ihr gerne mal googeln, aber prinzipiell reicht es, wenn ihr auch Einnahmen und Ausgaben gegenüber überstellt, sage ich mal. Jetzt der Punkt, der mir sehr wichtig ist, wo wirklich auch enormes Einsparpotenzial ist, ist Waste, weil bei Waste heißt das, ihr werft Geld bewusst in die Tonne, also den Abfall. Aber was genau ist Waste? Waste selber ist ein Begriff, der halt in Fast-Food-Restaurants häufig vorkommt, bei denen das Personal angehalten ist, diesen Wert so niedrig wie möglich zu halten, bei denen halt dann quasi Sachen produziert werden, die dann aber auch wirklich an den Kunden gehen und nicht weggeschmissen werden. Der Wert steigt natürlich zum Beispiel dadurch, dass Restaurants, die auch Vorgabe haben, nach sieben Minuten diese Burger, die eine Ablage legen, halt einfach wegzuschmeißen, ohne dass sie halt gegessen werden oder halt irgendjemanden, ja, damit irgendjemand diese kauft. Was bedeutet das für euch? Denn für euch ist hier gemeint, dass Blanke wegwerfen nur. Das heißt, dass die Lebensmittel, die ihr gekauft habt, wie Wurst oder Käse, die ihr nicht verbraucht habt oder eben halt komplett unverbraucht und dann abgelaufen sind, die dann einfach in die Tonne wandern. Tja, die Frage ist halt nur, ob sie in die Tonne wandern müssen. Denn dieses Müssen betone ich ausgiebig wirklich gerne, weil es gibt zwar das Wort abgelaufen oder das Mindesthaltbarkeitsdatum, aber das ist nicht immer eine Referenz. Ich würde immer hingehen und das Ganze kontrollieren und zwar mit unseren Sinnen, das heißt sehen, riechen und schmecken. Ihr könnt natürlich dann auch das in der Reihenfolge machen, das Sehen, ob das verschimmelt ist, das Riechen dann, ob es noch wirklich frisch riecht und das Schmecken letztendlich, ups, wie es noch schmeckt. Ich würde das in der Reihenfolge auch machen, aber so ist eben halt eine gute Lösung. Und das Ganze, wenn ihr dann Sachen wegschmeißt, dann protokolliert es auch. Schreibt euch in ein Haushaltsbuch, was ihr wegschmeißt, also auch wann, sprich Datum, dann das Produkt und den Preis. Und dann könnt ihr einfach mal so im Monatende diesen Waste-Wert eintragen und dann euch richtig ärgern oder eben halt sogar wütend werden, weil ihr eben halt Geld weggeschmissen habt. Wenn ihr es schafft, wirklich jeden Monat diesen Waste-Wert so niedrig wie möglich zu kriegen, ist das optimal und spart euch wirklich sehr, sehr viel Geld. Planung, das ist die halbe Miete im Leben. Das ist ein Spruch, den ich sehr gerne sage, denn viele handeln wirklich halt nur oft im Moment. Das heißt, sie sehen, jetzt gerade brauche ich das, jetzt gerade kann ich das machen, aber nicht langfristig gesehen. Und zwar gerade oder eben halt hauptsächlich beim Kaufen. Daher solltet ihr hingehen und mehr lernen zu planen, im Voraus vor allen Dingen und euch dadurch eine individuelle Strategie zu erarbeiten und für die Zukunft top aufgestellt zu sein. Vieles kommt daher auch von der Aussage, ich brauche das jetzt und nicht irgendwann. Diese Aussage selber ist natürlich im Kopf bei euch. Da entsteht sie, wenn ihr zum Beispiel Werbung schaut und irgendwas seht oder wenn ihr irgendwo lang fahrt, lang geht in der Innenstadt und irgendwas Schönes seht. Aber durch diese Aussage und dann das Resultat, dass ihr das gekauft habt, nehmt ihr halt auch wirklich teilweise die Tatsache in Kauf, nicht den besten Preis zu bezahlen oder halt einen Preis, der aufgerufen ist. Ein gutes Beispiel ist hier aktuell die PlayStation 5, die ja so ziemlich überall vergriffen ist und von Leuten gekauft wird, die jetzt auf anderen Plattformen wiederverkauft wird, für teilweise den doppelten Preis. Deswegen ist immer die Frage, brauche ich jetzt zum Beispiel direkt unbedingt eine PlayStation 5 oder kann ich warten? Damit ihr mal so ein Gefühl bekommt, wie viel Geld man da einsparen kann, ist eben halt das ein großer Punkt, den ihr immer mal wieder in Betracht ziehen solltet. Mein Tipp daher auch bei jetzt nicht unbedingt diesem Beispiel, kauft einfach mal auch auf Vorrat. Plant zum Beispiel halt im Vorfeld, dass ihr halt mehr kauft von einem Produkt, was ihr sowieso braucht. Dann habt ihr halt Vorrat und könnt das dann im Zweifelsfall sogar noch mit einer Familie von eurer Familie teilen oder mit euren Nachbarn, wenn die das zum Beispiel euch fragen, hey, hast du noch für mich ein Duschgel oder sowas oder eben halt ein anderes Produkt, eine Zahnpasta und könnt von denen dann zum Beispiel dann sagen, klar, gib mir einen Euro 30 oder hier kannst du haben. Das könnt ihr dann haben, wie ihr möchtet. Im besten Fall beteiligen sie euch dann auch noch an den Kosten. Denn auch Online-Anbieter können so welche Sparabos mit Zahnpasta zum Beispiel anbieten, wo ihr dann einfach einstellen könnt, dass ich alle sechs Monate zehn Zahnpastas haben möchte oder fünf Duschgels. Das könnt ihr natürlich dann entsprechend so handhaben und bestellen, wie ihr möchtet. da ist es dann aber auch wirklich vollkommen okay, wenn ihr zum Beispiel auch so welche Sachen dann auch im örtlichen Laden kauft und nicht im Internet und dann da auch wirklich dann halt mal zehnmal Duschgel kauft. Dann habt ihr länger Ruhe und müsst einfach euch nicht darum Gedanken machen. Das könnt ihr aber auch jetzt, wenn ihr gerade eine gute Phase habt und ein bisschen Geld auf Seite gepackt habt, könnt ihr das bei vielen Sachen machen, denn prinzipiell werden die Produkte ja einfach immer teurer. Wenn ihr jetzt viele Sachen schon mal auf Vorrat kauft, könnt ihr halt in kleine Preissteigerungen jetzt schon umgehen und viel Geld sparen für die Zukunft. Ein riesengroßer Punkt, wo ihr viel Geld über die Jahre sparen könnt und eben halt auch euch selbst noch viel, viel mehr weiterbilden könnt, ist eure Bank. Denn jeder von uns ist quasi ja bei einer Bank, weil wir ein Gehaltskonto haben und die Aussage oder die Frage ist, ist eure Bank euer Freund. Ist das so? Wie ich gefragt habe. Habt ihr da immer ein gutes Gefühl, wenn ihr bei einer Beratung seid von eurem Kundenbetreuer? Es ist schwierig, würde ich sagen. Denn einfach mal zur Überlegung, wie oft nutzt ihr denn wirklich die Services da? Wie oft geht ihr denn in die Filiale? Und was macht ihr da wirklich? Hebt ihr da Geld ab? Oder wenn ihr zum Beispiel eh nicht mehr mit Bargeld bezahlt seid oder mit Karte, wofür geht ihr dann überhaupt noch Bargeld abheben halt? Da gibt es ja ganz andere Möglichkeiten. Schaut einfach mal, was ihr da auch monatlich und jährlich an Gebühren bezahlt für die Kontoführung. Denn das ist halt so ein Punkt, braucht ihr die Gebühren überhaupt? Denn die müsst ihr nicht überall bezahlen. Dementsprechend ist es absolut kein Verbrechen, bei seiner Bank zu kündigen und diese Bank halt zu verlassen und zu einer anderen zu wechseln. Nein, das ist sogar eine Empfehlung und die ich selber vor vielen, vielen Jahren getroffen habe und die hat mich bisher nur in meiner Meinung bestätigt. Das Problem bei vielen Leuten ist halt der Bankwechsel als Prozess als solcher. Vielen ist das halt so umständlich, gerade halt auch bei Verträgen, weil es läuft ja alles und im Endeffekt sind sie ja ganz glücklich, aber sie bleiben halt einfach bei ihrer Bank. Aber das ist halt eigentlich ein Thema, was wirklich sehr, sehr einfach ist, denn die neue Bank, die kümmert sich, weil sie möchte euch als Kunden haben. Sie kümmert sich um alles. Ihr füllt quasi dieses Formular aus, bestätigt, dass ihr euer Konto bei der vorherigen Bank geschlossen werden soll, alles auf die neue transfert werden soll und es passiert alles automatisch. Ihr müsst wirklich nur wenige Sachen machen, das Problem ist einfach nur, dass die Bequemlichkeit hier wirklich halt bei euch eingenistet ist und tja, so Sachen wie dem Chef zu sagen, hey, ich habe ein neues Konto, ist ja wohl nicht so schwierig. Wenn ihr es geschafft habt, euer Konto zu wechseln, ist eines der Punkte, die euch dann sofort auffallen werden vielleicht, dass die Bankgebühren weg sind, sprich die monatlichen Gebühren oder die jährlichen Gebühren, denn viele Direktbanken haben zum Beispiel gar keine Gebühren, die sind dann halt da kostenlos, wenn ihr zum Beispiel das Konto dann als Bank, also nicht als Bankkonto, aber das Bankkonto als Gehaltskonto nutzt und ja, wenn wir es mal hochrechnen, was ihr bisher gezahlt habt in den ganzen Jahren vorher, wo ihr bei dieser Bank seid, wo ihr jetzt gerade seid, ohne überhaupt Leistungen in Anspruch genommen zu haben, die euch was bringen, sprich Beratungen etc., dann schätzt einfach mal oder guckt einfach mal jetzt dieses Beispiel an. Wir nehmen bei einer Filialbank, das habe ich jetzt gerade noch recherchiert, ein Kontomodell, das monatlich 9,50 Euro kostet. Das bedeutet, wir hatten in einem Jahr Kosten von 114 Euro, nur für das Konto als solches und wenn wir das mal einfach nach 10 Jahren hochrechnen hochrechnen und wir berechnen mal nicht herum, dass es teurer wird, dann sind wir schon bei 1140 Euro, die wir nur bezahlen, dass wir halt für unsere Filialbank quasi, ja sag ich mal so, den Service haben, den wir vielleicht gar nicht brauchen und wie gesagt, die Tendenz ist hier wesentlich höher, da wirklich auch die Preise steigen und nicht gleich bleiben. Das ist halt ein großer Punkt, den man immer in Betracht ziehen muss, denn es wird tendenziell teurer und nicht günstiger. Deswegen denkt mal intensiv drüber nach, eure Bank zu wechseln und ja, viel Geld zu sparen. Tja, wir kommen jetzt langsam zum Ende und sind quasi schon bei dem Punkt des Laien. Was meine ich mit Laien? Im Prinzip meine ich das so, wie es da steht, dass Laien halt einfach günstiger als Kaufen ist. Das Thema Laien als solches ist aber einfach viel, viel größer, denn es birgt halt das Einsparpotenzial, das eigentlich bis ins unermessliche gehen kann. Theoretisch kann man hingehen und sagen, kannst du mir mal dein Auto eine Woche leihen? Das werden vielleicht die wenigsten machen, aber für eine Woche ein Auto geliehen zu bekommen und dann vielleicht nur den Tank zu benutzen, den Tank füllen zu müssen, ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Kleine Dinge sind, wie gesagt, zum Beispiel die Tasse Zucker. Das ist natürlich so, Laien ist preiswerter, selbstverständlich, klar. Teilweise kostenlos sogar, wenn man eben halt sich mit demjenigen von dem ausleiten, gut versteht und bringt euch natürlich viel mehr Flexibilität rein, als irgendwas zu kaufen und zu müssen, weil ihr braucht das vielleicht halt nur einmal oder zweimal im Jahr oder eben halt wie im folgenden Beispiel, wenn ihr halt umzieht, dann könnt ihr halt gerne mal nachfragen im Freundeskreis, ob da halt ihr mal so einen Transporter, einen dementsprechenden Anhänger oder einfach ein großes Auto hat und ja, das mal anfragen, nach Hilfe zu fragen, anstatt irgendwas hinzugehen und zu mieten, das kann euch sehr, sehr viel Geld sparen. Aber auch situativ benötigte Gegenstände, wenn ihr zum Beispiel einfach euren Rasen mähen wollt oder halt ein Bild aufhängen wollt und dafür eine Bohrmaschine braucht, um das in die Wand zu bohren oder einfach generelles Werkzeug für zum Klo sanieren, für wenn ihr das selber könnt, das einfach zu leihen eignet sich perfekt. Denn das sind meistens Sachen, die derjenige, der von dem er sie leitet, gerne auch verleiht, denn damit kann eigentlich nicht so viel passieren. Allerdings ist es so, dass beim Laien, dass dieser Prozess halt nur sinnvoll ist, wenn es für euch kostenlos ist und ja, als kleines Beispiel, wenn ihr halt von euren Nachbarn jedes Mal den Rasenmäher leitet, zehn Mal im Jahr und jedes Mal zehn Euro abdrückt dafür, dann könnt ihr euch eigentlich auch schon fast jeder selber kaufen. Das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man sagen muss, dass wenn es halt für euch kostenlos ist, dann geht einfach hin und zeigt euch anderweitig dankbar, indem wir halt auch einfach mal einen Kuchen backt oder irgendwas anbietet, was euer Freund oder Nachbar nicht hat und ihr euch dann gegenseitig ergänzen könnt. Das ist super für das Nachbarschaftsgefühl oder einfach mit dem Freund besser klar zu kommen soweit. Aber der größte Geheimtipp hier ist natürlich, dass ihr das Geliehene auch wieder zurückgeben könnt. Ne, sogar Mist. Ja, das waren die 15 Tipps soweit. Ich bedanke mich für die Zeit. Es ist ein langes Video geworden. Es ist wirklich auch so, dass es halt Sinn und Zweck der Sache war oder ist, denn das soll für euch natürlich auch ein großer Punkt sein, dass es einfach für eure Zukunft besser aufgestellt seid. Sämtliche hier vorgestellten Tipps sind auch auf unserer Webseite. Diese werden wirklich halt von mir immer fortläufend ergänzt, auch angepasst, wenn es halt noch ein bisschen ausgespügt werden könnte. Deswegen lohnt es sich von Zeit und Zeit mal vorbeizuschauen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr halt zu den Tipps auch Fragen und Einmerkungen gebt. Die dürft ihr natürlich gerne in den Kommentaren hier, bei mir auf der Facebook-Page oder per E-Mail mir schreiben und ich freue mich immer über jeden, der den Kanal von mir abonniert, denn so bekommt ihr einerseits eine Benachrichtigung, wenn neue Folgen von mir hochgeladen werden, von was für einem Projekt auch immer und ich bedanke mich wirklich für jeden Abonnenten. Das geht ganz einfach rechts unten im Video hier, da ist ein kleines Wasserzeichen, dann könnt ihr draufklicken oder im Kanal einfach oben rechts auf diesen hier aufgezeigten Abonnier-Button, den findet ihr da und da tut dir mir einen großen Gefallen.